... ... ... Büros aus jedem Land Wir feiern gemeinsam ohne Widerstand Zeigen Emotionen Das ist doch nicht verboten Steigern uns Es richtig schreit Wir können richtig glücklich sein So Leute Acht nur Weiß nicht ob man das gut sieht Die Helligkeit ist ein bisschen Ja Bisschen dunkel eingestellt Aber hier gehts schon ganz gut ab Und jetzt machen wir das auch gleich Ich bin Ich bin Ich bin ... 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 Und da dachte ich mir, das ist doch ganz gut hin. Ein Feuerwerks-Dema war also auch 100% grün. Hatte ich schon. Das ist doch mein Ernst. Nice, war echt schön. Wir haben auch schon welche, was gut passen will ich. Auch am Zündel da gegenüber, sehr nice. Soll ich es gleich mal weiter? Ich bin der Eingelar Inn der Karte, Ich habe jetzt auch schon zwei da Parafieger gehabt, und jetzt kurz in der Eingelar Inn und mit dem Eingelar Inn. Jetzt bin ich mit der Eingelar Inn. so machen wir weiter mit dem fegefeuer natürlich sehr dunkel jetzt für euch die Die Früsse sind kacke von mir. Wo denn? Wohl nicht besser. Einen machen wir noch. Ich hoffe ihr seht, alles ok. Sehr dunkel. Machen wir wieder was besseres. Einmal Sonnenvögel. Im Moment, den wir wieder was, hier arbeiten wir jetzt schon mal. Benutzt nicht nach der Brüche. Fenton-Sirene. Fenton-Sirene. Das Gold kommt einfach gegen die Dunkelheit hier nicht so perfekt runter. Ich mach nochmal eine kurze Einstellung. Und jetzt das römische Licht. Das wird. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das zeigt uns das Doppelte hier. Jetzt machen wir mal die Ausputzer-Vulkane von Pyro-Mannschaften. So, let's go. Zweimal Ausputzer. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Okay, Überraschung.